Sie markieren sich die gewünschte Länge der Laufstrecke. Mit aufrechtem Oberkörper führen Sie nun barfuß wechselseitig Kniehubbewegungen im Dreierrhythmus aus. Sie beginnen mit dem Kniehub zur Seite, dann nach vorne und im Anschluss nach vorne mit zusätzlichem Ausgreifen. Um diese Bewegungsabfolge koordinativ gewährleisten zu können, machen Sie bitte zwischen jeder Kniehubbewegung einen kleinen Zwischenschritt mit dem gegenüberliegenden Bein. Achten Sie bitte darüber hinaus auf einen aktiven Fußballenaufsatz. Untertitelung des ZDF, 2020